Ja, also ich habe einmal ja letztes Jahr ausgesetzt, da habe ich es zeitlich nicht geschafft. Aber was ich so mitkriege, jetzt mit zwei Jahren Abstand sozusagen vom letzten, dass es enorm an Fülle und an Vielfalt noch zugenommen hat. Das fand ich schon vor zwei Jahren klasse. Es hat noch mehr zugenommen. Wir haben jetzt hier zehn parallele Sessions. Man weiß immer gar nicht, wo man hingehen soll. Man könnte sich zerteilen, weil es so spannend ist. Und ich nehme sehr, sehr viel neuen Input mit, viele Trends auch. Eben war Machine Learning gerade dran, das war super spannend. Ja, und bin gespannt, wie es weitergeht. Also super bisher. Gib mir drei Hashtags. Workplace Learning, Social Learning und Machine Learning. Ganz spontan. ... ... ...